So, Forellensee Rosenweiher, neue Störe. Mal einen kleinen Einblick gewähren lassen, was hier drin rumschwimmt. Täglicher Besatz für Nachtangler, ab 5 Nachtangler, jeden Abend Störe. Ja, dann holen wir mal ein paar raus. So sieht das Ganze aus. Richtig gute Fische, Küchenschlöre mit 6 Kilo. Kann man sehen, wunderbare Fische. Geht's richtig gut, alles wakt sich. Das Decken ist voll, jetzt noch ein bisschen Kugel, gerade frisch eingetroffen. Einmalig in Norddeutschland, Forellensee Rosenweiher. Ja, schaut euch das an. Bis demnächst.